hey tom kennst du diesen papp thomas ah ja ja den habe ich gestern auf youtube gefunden ja voll der spaß ne ich finde den voll cool also ich hab den schon abonniert was was das könnt ihr gerne machen was geht meine liebe freunde willkommen zu diesem neuen video für den kanal heute wieder skyblock mit tom und hatten erstmal probleme mit dem kabel song generator diese probleme will ich jetzt bitte nicht erwähnen ich muss dann aber nicht immer wieder drin ja wow das ist natürlich schlau look was jetzt passiert hallo wir haben hier unsere ausbeute video dann müsste was los war ja und der baum hat einfach keinen bock zu wachsen ja stimmt der baum wächst auch nicht bitte schlag mich niemals wenn wir so auf so ein ding sind das ist so risky wenn man sich da schlägt so es wird eine richtig coole insel dude okay dann bau mal dann rübe ich würde nämlich ganz gerne zu der nether insel gehen dann vielleicht zu ich würde erst zu dem haus gehen meinst du oder habe ich hier schon angefangen egal dann mach wieder ein anderes mal weiter die nach der nether insel ist ja näher ich habe noch hier schaue 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 da hatte ich noch 14 und dann gebe ich dir noch hier dürfte es rüber reißen dann gehen wir mal zu nether insel leute nein es wird nacht es wird nacht digga tom och man jetzt können wir nicht schlafen gehen denn er das ist nicht sein ernst das können wir nicht schlafen gehen ey digga wo ist denn jetzt dieses slab hingegen hallo wo geht denn jetzt diese slabs hin naja egal warum sind diese slabs da nach unten gegangen so ähm hier haben wir ein nether portal ein root nether portal da oben sind zwei blaze rots an den typen dran aber die lassen wir mal dran das wäre ein bisschen cheaten haltbarkeit zwei schärfe zwei goldschwert oha tschüss tschüss ey junge okay wir haben hier vier obsidian drin das heißt wir können diese ecken und das alles wobei die ecken müssen wir gar nicht äh diese zwei dinger hier resetten und hier jo vier obsidian passt einfach perfekt leute ich weiß nicht ob das geplant ist oder so aber wobei ne warte mal das war gar nicht geplant das war nicht mal mehr geplant dass das perfekt passt guck mal hier die ecken die müssen wir ja nicht machen das ist hier eins und zwei die wir noch machen müssen äh das heißt zwei obsidian werden dann weg und zwei noch für hier das müssten eigentlich zwei blöcke sein ja sind zwei blöcke dicker tschüss alter saftig wisst ihr was während tom duschen ist würde ich mal kurz aus der welt gehen denn ich muss noch kurz was machen sorry leute äh jetzt bin ich wieder da ähm musste nur kurz weg und was machen hilfe da ist es nicht so gut da ist ein creeper da ist ein skelett da hinten sind wahrscheinlich sehr viele zombies und so die dann die williger angreifen ähm so thomas oh du bist wieder da oha so okay ähm also äh tom by the way ich war da hinten bei der netherinsel und hab dort geilen loot gefunden aber ich hab ihn noch nicht rausgenommen können wir dann zusammen angucken in diesem haus ist jetzt nicht sonderlich viel los aber ist cool oder hallo holz ey warum baust du das ab lass mal dran ey ja wir müssen jetzt eigentlich nur warten bis dieser scheißbaum gewachsen hat still oh mein gott endlich hab ich wieder eine spitzhacke warte den äh das schwert und den golden apple den werden wir uns mal bei uns in der truhe sichern mhm das wäre sehr wichtig dass wir den schon mal sicher hätten hä hä was ist denn digga dieser schatten dieser shader ist so beschissen ne also er ist geil klar aber dieser schattenbuck ist beschissen das ganze dorf ist jetzt ist wieder normal heil heilig genau voll der gute trick eigentlich bleibt du mal da unten damit dieses lapis sicher ist wobei ob wenn das in deinen händen ist ist glaube ich nicht so sicher hallo schönen tag ich glaube man kann es nur mit morgen ähm eisenpicker abbauen ne hä 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 hast du das jetzt abgebaut oder ich du ich hab's aber voll schnell abgebaut das heißt eigentlich müsste es gedroppt haben aber hat's nicht okay Tom ich sag nix ich sag nix wir sind am Arsch wir sind am Arsch dieser Säpling funktioniert nicht dieser kleine Huren komm ich baue dich nochmal ab und setz dich nochmal hin ich baue dich nochmal ab und setz dich vielleicht hier hin warte verpiss dich mal Tom oder vielleicht zu den Willigern da ist der hat mir fast runtergefallen und hab vergessen dass ich einen Block platziert hab okay ich setz dich mal zu den Willigern hin dort müsste er eigentlich sicher wachsen ich bin ein Emerald echt ja guck dass der sicher ist sicher auf einer Plattform weil das deine Plattform sicher drunten ist dann kannst du ihn abbauen warte mal geh mal weg ey wir müssen den Durchgang machen den ähm Tiere nicht hochschaffen weil da unten will ich so eine Tierfarm bauen sodass halt mehr Viecher bei uns spawnen naja ich glaube auf Stein werden die nicht spawnen ich hab vergisst was ich hier klären wollte ähm nein ey das kann nicht sein das kann nicht sein oh ne das ist jetzt nicht passiert ey ich bin doch auf der Treppe gestanden ich war auf der Treppe naja ist nicht so schlimm weil ich hatte keine wichtigen Utensilien dabei ja wir haben zwei Babys wir sind zwei Babys guck mal die sind Freunde die sind Freunde guck mal wie die hinterher marschieren das sind so Gänse das sind so Gänse Typen guck mal wo sind Gänse guck mal die laufen sich voll hinterher oh genau jetzt wo du da bist haben sie aufgehört nein Günther tu es nicht tu es nicht geh nicht zum Abgrund tu es nicht Günther nein okay wir hören auf mit dem Drama oh ein Schwein ist hier warte Schweinchen ist mal da oh nein oh ja ja das Schweinchen ist runtergelaufen unsere anderen Tiere sind weg unsere anderen Tiere haben selbst Mord bekommen was das Schwein hat 10 Milliarden IQ-Move gemacht hast du gesehen was das gemacht hat guck mal guck mal guck mal her es ist hier runtergefallen wahrscheinlich versehentlich weil es direkt instant hierher gegangen ist hier und durch hier oben drauf und oben weg einfach 10 Milliarden IQ-Move gemacht Digga das ist viel schlauer als wir ist so ist so ich wäre da niemals drauf gekommen als Tier oh was es ist einfach das schlauste Schwein der Welt oh oh mein Gott Junge Junge Leben am Limit würde ich mal sagen dir Meister Leben am Limit ey Digga das ist einfach Technoblade Rest in Peace Technoblade by the way ähm yo yo Thomas im Schnitt setz dir mal so ne Krone auf hier einfach Technoblade ich habe meine Maus nach oben gekickt an dieser Stelle was das mit der heutigen Juscha Techno ist so drüben 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 Vielen Dank.